Eine Frage hier. Ist das auch mal auf Angriffen? Also ich schreibe ja selber. Aber allgemein brauchst du dir kein Okay von uns holen. Also außer du hast jetzt, da habe ich aber keine großen Bedenken. Nichts ist hier perfekt, aber es geht schon irgendwie. Wir sind nicht gerade glücklich, doch wir können uns nicht beklagen. Aber stellen wir keine Fragen, die eure Autorität untergraben. Wir sind die graue Masse, wir müssen uns von euch befragen und messen lassen. Frag den braven Bürger, was er hier in diesem Land vermisst. Obwohl ihr meint, bereit zu wissen, was wirklich gut für uns ist. Alles ist in Ordnung, alles halb so schlimm. Und wie man's dreht und wendet, ja, ich bin halt wie ich bin. Und du bist halt wie du bist. Und wenn du das nicht ändern kannst, ist das für mich noch lange kein Grund für Intoleranz. Arm oder reich, ist der Mensch nicht gleich? Wir fliegen zum Mond, ob dort einer wohnt. Trotz Hunger in der Welt, wir jahrharten von Geld. Wir fliegen zum Mond, ob dort immer noch einer wohnt. Guck, was da ganz vernünftig aussieht. Also für ein Tee. Und dann ist das ein super Foto. Wir haben heute ein Foto für euch. Und dann kommt man hier vorne mal ein Stück nach vorne. Hier, da vorne. So, die Mütter einfach mal am Herbkuchen. Ja, genau. Wer das Herbkuchen gemacht, der kann noch mal nach hinten gehen. Dann wird er mich auch schon mal. Ja, klar. Schwarz direkt auf Felsen. So, und jetzt mal alle Dings. Au. Et no! Wuhu! Okay. Ja. Da haben wir wins. Ah, ja.